Warum hast du wirklich bloß Apfelsaft gepumpt? Immer vorsichtig. Tatsächlich. Ich bin sowieso noch auf dem Kieker wegen dem letzten Mal. Wieso, was war denn da? Weißt du gar nicht? War doch ein toller Dörbel. Die haben mich mit meinem Eigenbau auf der Autobahn erwischt, ohne Führer. Ach, du, wie war das? Zum Glück war es ein paar Tage vor meinem 18. Geburtstag, da haben sie mir mein Auge zugedrückt. Jetzt hätte ich noch ein Jahr drauf warten können. Mindestens. Aber jetzt hast du ihn, ja? Ja, Gott sei Dank. Jetzt hapert's wieder am Geld. Ah, sagt Jürgen. Ah, pünktlich. Die anderen werden auch gleich da sein. Welche anderen? Ach so, ja, dann pass mal auf, die Sache ist so. Unser Werk kommt mit den Lieferfristen nicht mehr nach. Bahn und Transporter schaffen es einfach nicht, verstehst du? Damit nur die Kunden nicht so lange warten müssen? Hat die Direktion ein paar Einfahrer, ein paar Testfahrer mobil gemacht, so für persönlichen Kundenbesuch, verstehst du? Na, ist eine feine Sache. Ich mach's mit dem Kumpel schon vier Wochen, kommt ganz schön was bei raus. Na, da der Kumpel nun heute was Besseres vorhat, verstehst du? Da hab ich an dich gedacht. Nett von mir, war's? Ausgabe. Ah, sind sie ja schon. Klappt ja prima. Oha! Tag! Tag! Herr Chef, das ist er, Jochen Renk. Ah, wunderbar. Das ist sehr nett von Ihnen. Also, Leo schleppt sich für mich nach Frankfurt, mit dem Seil. Auf diese Weise kann man Benzin sparen. Lohnt sich, was, Leo? Ja. Taxifahrer, die schlagen sich um billiges Benzin. So, hier ist die Adresse, wo die Wagen hin müssen und hier die beiden Rückfahrkarten mit der Bahn. Dankeschön. Und das ist für Sie. Vielen Dank. Für Sie beide. Danke. Ich hoffe, wir werden uns noch öfter treffen. Ja. Alles Gute und gute Fahrt, Jungs. Dankeschön. Gleichfalls. Viel Spaß in Frankfurt. Ja, dankeschön. Jawohl, steig ein. Komm. Na? Komm doch mal rein. Das reicht, was? Und das Benzin versorgen wir. Na los, komm, die Kundenwaben.